Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. An diesem Freitag, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr und ich habe heute wieder zwei interessante Fälle natürlich für euch mit dabei. Und ich wollte euch am Anfang erstmal sagen, dass ich einen YouTube-Channel habe. Da lade ich jetzt auch langsam, aber sicher alle Folgen dieses Podcasts hoch. Und da haben schon einige, ja, kommentiert. Das freut mich wirklich sehr und ich wollte das hier nochmal erwähnen, damit ihr Bescheid wisst, dass auch dieser Kanal auf meinem YouTube-Kanal, ja, vorhanden ist. Also diese Folgen von Time for Crime und ja, und zwar gilt das unter dem Namen Kathis Channel. Da schaut einfach mal nach, ob ihr das dann findet. Wenn nicht, dann schreibt ihr mich gerne bei Instagram an und dann helfe ich euch da noch gerne nochmal, falls ihr das nicht finden solltet. Und ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gut geht und ja, ich bin hier warm eingepackt und ich sitze hier mit dem Schal und ich bin immer so sehr empfindlich, wenn dieser Wetterumschwung kommt und es zum Beispiel jetzt zum Herbst hingeht, so wie es jetzt der Fall ist. Und da bin ich immer ein bisschen vorsichtig und ja, am Ende der Folge möchte ich dann auf jeden Fall euch gerne noch etwas vorstellen, was ich zurzeit ausprobiere und da werde ich nicht für bezahlt. Das bezahle ich selber, aber ich möchte euch das gerne das Produkt vorstellen, weil ich das wirklich sehr klasse finde und vor allen Dingen auch die Firma ganz toll finde. Aber da kommen wir gerne zum Schluss nochmal dazu und vor allen Dingen, weil ich es halt jetzt schon so ein paar Wochen getestet habe und wirklich sehr begeistert bin. Ja, jetzt kommen wir aber zu unserem ersten Fall heute. Wir gehen erst einmal nach Kanada. um Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und ja, wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann scrollt gerne einmal zurück und dann könnt ihr euch das auch gerne anhören. Die Folge ist ein bisschen lang geworden, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ja, und nun zu diesem Fall. Es geht hier um den vermissten Fall von Lonnie Philipp Boudreau. Lonnie wurde am 15. Februar 1970 geboren und zwar als Sohn von Elmer und Linda Boudreau. Und er hatte dann auch noch eine ältere Schwester mit Namen Lori. Lonnie war hochbegabt und sehr intelligent. Mit sechs Jahren hatte er einen IQ-Wert von 116. Er war übermütig und hatte eine schnelle Auffassungsgabe. Mit fünf Jahren, 1975, ließen sich seine Eltern scheiden. Lonnie und seine Schwester lebten dann zwei Jahre beim Vater. Und ihre Mutter sahen sie nur am Wochenende. Warum die Mutter jetzt das Sorgerecht abgegeben hat, an den Vater, ist leider nicht bekannt. Aber ja, wichtig ist ja, dass sie ihre Kinder gesehen hat und dass sie alle, soweit es geht, ein gutes Verhältnis miteinander hatten. 1977 dann lernte Lonnies Vater Elmer eine andere Frau kennen. Diese hatte drei eigene Kinder. Sie zogen dann auch sehr schnell zusammen und somit hatte die Familie jetzt fünf Kinder. Lonnie hatte damit wirklich sehr, sehr zu kämpfen. Also alleine schon mit der Trennung der Eltern, dann noch eine neue Frau und dann noch drei neue Geschwister dazu. Das war wirklich sehr, sehr hart für ihn. Ja, es gab dann in Kanada wohl so eine Agentur, die sich darum kümmerte, also dass, wenn Eltern zum Beispiel arbeiten gehen und dass dann sich jemand aus der Agentur um die zu Hause gebliebenen Kinder kümmert. Genau, und sozusagen eine Betreuung für die Kinder und diese wurde dann auch für Lonnie engagiert, wenn der Vater halt mal unterwegs war. Und zwar gab es von dieser Agentur ein Pärchen. Das waren Mel und Pam Spellen. Sie verstanden sich wirklich gut mit Lonnie und genau, am Weihnachtstag dann besuchte Lonnie seine Mutter und da fiel schon auf, dass er auf einmal wirklich sehr hyperaktiv war, was er vorher nicht war. Also da muss irgendwas, wahrscheinlich so einen Ausschlag gegeben haben, ja, dass er halt jetzt auf einmal hyperaktiv wurde, warum auch immer. Sie erfragte dann nochmals das Sorgerecht und holte die Kinder dann zu sich. Der Vater protestierte dagegen natürlich heftig. Und ja, was soll ich euch sagen? Seine Freundin ist dann ausgezogen mitsamt ihrer Kinder natürlich und er stand dann alleine da. Zuerst hat er fünf Kinder und jetzt hat er gar keine Kinder. Sag ich jetzt einfach mal in seinem Haus oder wie man das auch nennen darf. Bin mir jetzt nicht sicher, wo sie gewohnt haben, aber ich glaube, das wird ein Haus gewesen sein. Lonnie war halt sehr unglücklich. Er erhoffte sich darüber, dass die Eltern halt immer noch getrennt waren. Er erhoffte sich dann natürlich, als die andere Frau sich dann von seinem Vater getrennt hat, dass die Eltern vielleicht dann wieder zusammenkommen würden. Die Agentur schickte dann einen psychosozialen Berater und das ist auf jeden Fall auch sehr spannend. Mit dem, das war Dave Plummer. Er, also es dauerte vier bis fünf Monate, bis Lonnie zu ihm Vertrauen fasste und mit ihm über einige Sachen anfing zu sprechen. Ja, es gab dann wieder Verhaltensauffälligkeiten, Verhaltensprobleme seitens Lonnie und er wurde halt auf seine Schwester sehr eifersüchtig. Ja, ja, Laurie besuchte den Vater dann alleine und das ging für Lonnie überhaupt nicht, warum seine Schwester den Vater einfach alleine besuchte, ohne dass er mitkommen durfte. Und Lonnie wurde natürlich regelmäßig wütend deswegen. Er bekam ganz, ganz dolle Wutanfälle. Ja, der Vater beschloss dann mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Und 1980 brachte die Agentur dann Lonnie für sechs Monate in ein Heim mit anderen Kindern, damit er da vielleicht auch so ein bisschen soziale Kontakte, ja, erhalten könnte. Und, ja, man hat gedacht, dass ihm das vielleicht gut tun könnte. Lonnie war dann in der vierten Klasse und hatte, ja, der Lehrplan sah vor, dass man halb Französisch und halb Englisch unterrichtete. Und er kämpfte halt wirklich sehr mit diesem Lehrplan. Das war wirklich sehr, sehr schwierig für ihn, obwohl er so intelligent war. Das Lernen im Klassenverband fiel ihm sichtlich schwer, trotz, wie gesagt, seiner Intelligenz. Er sperrte sich dann auch später gegen den Unterricht. Also es wurde halt immer schlimmer mit ihm. Ende Januar 1981 gab es dann einen Streit zwischen ihm und seinem Vater. Und zwar über die Zeit, die er mit ihm verbrachte. Und, ja, sein Vater Elmer sagte dann zu Lonnie, er würde die Besuche beenden, wenn sich seine Haltung nicht verbessern würde. Er fragte daraufhin ständig seine Mutter, wann sie wieder mit dem Vater zusammenkommen würde. Und sie sagte ihm, dass dies einfach nie passieren würde, dass sie nochmal zusammenkommen. Und ein paar Tage später floh er dann durchs Fenster seines Schlafzimmers. Nach vier Stunden Suche wurde er dann ungefähr drei Kilometer weiter entfernt wieder aufgefunden. Also dieses ist der erste Fluchtversuch seinerseits gewesen. Ja, Dave Plummer, wie ich hier schon erwähnt habe, sprach danach 20 Minuten mit Lonnie. Und es gab keine Anzeichen, dass dieses nochmal vorkommen könnte. 24 Stunden später aber war Lonnie erneut wieder weggelaufen. Am 5. Februar 1981 gegen 18.30 Uhr fragte der 10-jährige Lonnie, ob er im Keller fernsehen könnte. 15 Minuten später war er spurlos verschwunden. Also er saß dann nicht mehr vorm Fernseher. Nun zur Beschreibung von Lonnie. Er trug zuletzt ein blau-rotes Holzfällerhemd oder eine Jacke, einen blauen Velour-Pulli mit V-Ausschnitt und weißen Streifen an dem Kragen und eine blaue Korthose sowie She-Stu-Stiefel. Kenne ich leider nicht, kann ich euch nicht sagen, was das für Stiefel sind. Ja, kurz zuvor sah er den Film Der Prinz des Central Park. Der Junge lief dann mit seiner Schwester weg. Also so ging das in dem Film. Ein Junge lief mit seiner Schwester weg, um in einem Baumhaus im Central Park in New York City zu leben. Lonnie sagte daraufhin, das sieht wirklich ordentlich aus. Also so, der fand das eigentlich wirklich so ganz in Ordnung. Und vielleicht hat er sich das ja so überlegt, dass er das auch gerne machen möchte, wenn es das schon im Film gibt. Vermutlich kroch er durch das Kellerfenster und nahm auch keine persönlichen Gegenstände mit. Auch interessant. Seine Mutter nahm an, er sei per Anhalter zu seinem Vater gefahren, ungefähr 50 Kilometer entfernt. Aber das alleine schon mit 10 Jahren würde mich als Mutter schon wirklich sehr, sehr in Unruhe versetzen, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Aber dass das bei ihr nicht so ausfällig oder auffällig war, dass sie da irgendwas gemacht hat, finde ich schon seltsam. Die Polizei später war sich aber sicher, dass Lonnie bei Freunden in der Stadt war. Woher sollten sie eigentlich diese Info haben? Das war auch noch so eine Sache. Warum hatten sie eine konkrete Info, dass Lonnie bei Freunden in der Stadt ist? Und ja, wenn das nur eine Vermutung ist, dann sagt man auch, wir denken das. Aber nicht irgendwie, wir sind uns sicher. Weil wir sind uns sicher heißt, das ist so. Naja, die Freunde meinten dann, er habe wahrscheinlich unter Treppenhäusern geschlafen und die Polizei durchsuchte auch die ganzen Apartmentkomplexe, die dort in der Nähe waren. Behörden meinten, der Junge weiß genau, wie man bettelt und wie man Ladendiebstähle begeht. Also das finde ich auch ganz furchtbar, dass man dann halt wirklich ihnen eine Schublade so reingesteckt hat. Ja, wie er bettelt und wie er Ladendiebstähle begeht, das hat er schon gelernt. Da weiß er, wie das funktioniert. Ja, aber der psychosoziale Begleiter sozusagen, der Dave Plummer, der verneinte dies. Also er sagte, dass er sich sicher war, dass Lonnie das nicht wusste, wie man bettelt, wie man Ladendiebstähle begeht. Das meinte er. Es gab dann mehrere Sichtungen von Lonnie in der Sandloand Shopping Center zum Beispiel. Da soll er gesichtet worden sein. Wenn seine Freunde sagten, wenn sie Lonnie sehen würden, würden sie es nicht der Polizei melden, da er selbst nicht nach Hause möchte. Das ist auch eine Aussage von den Freunden schon heftig. Man hätte ja wenigstens sagen können, ja, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesprochen. Es geht ihm gut, soweit. Und wenn er nicht nach Hause kommen möchte, dann ist das halt so. Aber gar nichts zu sagen, gar nichts zu melden, finde ich schon ein bisschen eigenartig von den Freunden, ja. Ich kann es nachvollziehen. Ich weiß, was sie meinen, dass sie ihn nicht verraten wollen und loyal ihm gegenüber sein wollen. Aber man kann auch wenigstens den Eltern sagen, ich habe ihn getroffen, habe mit ihm gesprochen, so und so sieht es aus. Das ist jetzt seine Meinung. Aber es geht ihm gut, fertig, sodass sich die Eltern ein bisschen beruhigen können, zumindest ein wenig. Ja, zwei Wochen nach dem Verschwinden wurde dann die Suche abgebrochen. Und Ende Februar 1981 gab es die Operation Come Home. Diese unterstützte die Behörden, das ist eine Organisation, die 1971 gegründet wurde und die half, entlaufenden Kindern zu ihren Familien zurückzukehren. Also wirklich eine sehr, sehr gute Organisation wohl. Also ich hatte jetzt davon vorher auch nichts gehört, aber ja, man lernt ja immer dazu. Ja, Linda, also die Mutter behauptete, sie habe nach dem Verschwinden von Lonnie mysteriöse Anrufe erhalten. Der erste Anruf, da war halt die Frage nach Lori, also der Schwester. Und sie bemerkte leider zu spät, dass es wirklich ihr Sohn am Telefon war. Und ja, da wurde schon aufgelegt. Ja, und die anderen weiteren Anrufe, da war einfach nur Stille am Telefon. Es war jemand dran, aber er sprach nicht oder diese Person sprach halt nicht. Vater und Mutter bleiben immer bei der Theorie, dass Lonnie weggelaufen sei. Also nie wird irgendwie von ihnen erwähnt, dass es zu einem Verbrechen gekommen wäre. Und im Mai 1981 fing Linda an, Schlaftabletten und Beruhigungsmittel zu nehmen. Linda kam dann auch ins Krankenhaus aufgrund von einem Geschwür der Schädigung des Nervensystems und schlechte psychische Verfassung hatte sie. Im Juli 1982 sei sie sich nicht sicher gewesen, ob sie ihren Sohn überhaupt, wenn er mal wieder vor ihr stehen sollte, überhaupt erkennen würde. Dann gab es im April 1991 ein Interview mit den beiden Eltern. Und ja, da sind die sich auch so ein bisschen uneinig gewesen. Also es war so ein bisschen holprig, das Interview. Und sehr seltsam eigentlich auch. Ja, wenn Lonnie heute noch leben würde, würde er schon 51 Jahre alt sein. Ja, was meint ihr, ist mit Lonnie passiert? Ja, da es auch in diesem Fall wieder keine weiteren Anhaltspunkte gibt, ist es wirklich sehr schwierig zu sagen. Er ist hier einfach aus dem Kellerfenster gestiegen und das war es dann. Dann hat man ihn nicht mehr gesehen. Also es kann so, so vieles passiert sein. Von Bekannten entführt, von unbekannten Tätern entführt. Allgemein entführt und ermordet. Also es ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Und er war zehn Jahre alt. Also da kann er nicht einfach so verschwinden und auf eigenen Füßen sich irgendwas aufbauen. Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also schreibt mir auch gerne wieder eure Meinung unter diesem Video, wenn ihr das auf YouTube seht, unter Kathis Channel. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten auf Instagram, time-for-crime. Das wäre auch sehr schön, wenn wir auch da kommunizieren würden. Ja, jetzt einmal ganz kurz in eigener Sache nochmal, bevor wir zum zweiten Fall übergehen. Ich habe etwas ausprobiert, was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Und ich sage euch, wenn ihr euch morgens müde und schlapp fühlt und möchtet einfach gut in den Tag starten, dann empfehle ich euch wirklich Infused Energy. Auf der Seite www.infusedenergy.de findet ihr alles, was ihr dazu braucht. Es gibt ganz tolle Sets mit wirklich super Bottles dazu und wirklich relativ preiswert, wenn man so das runterrechnet, was man so für Energies ausgibt und wie viel in so einem Energy drin ist. Und ja, was ist das eigentlich, Infused Energy, wenn ihr das noch nicht kennt? Das ist ganz einfach. Infused Energy vereint sechs wichtige Pflanzen, die Wachmacher sind. Ja, so kann man das beschreiben. Und unter anderem ist das Mate, Matcha, Guarana, Sencha, Guayusa und auch Ginseng. Und es gibt wirklich für jeden, gibt es was an Geschmacksrichtungen, was man gerne mag, ist dort im Shop was dabei. Und ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt dann eine Bottle. Am Boden der Bottle ist ein Filter, den befüllt ihr mit dieser Pflanzenmischung ungefähr ein Drittel voll, zwei bis drei Teelöffel. Schraubt das wieder ein, könnt die Flasche umdrehen und von oben könnt ihr dann Wasser einfüllen. Ihr könnt euch entscheiden, ob das kaltes Wasser oder warmes bzw. heißes Wasser ist, bloß nicht über 70 Grad, sonst verbrennen die Pflanzen, die aufgegossen werden. Und ihr könnt auch das zweimal aufgießen, also das ist alles kein Problem. Und ja, es gibt wirklich ganz, ganz viele Infused Energy Sorten, die halt wirklich als Wachmacher dienen. Und ich habe wirklich schon einige ausprobiert und ich sage euch, das wirkt wirklich. Und sonst würde ich euch das hier nicht vorstellen. Ihr bekommt dann am Ende noch einen Rabattcode, wenn ihr möchtet. Den habe ich mir selber erstellen können. Und dann könnt ihr da auch nochmal 10% auf das Sortiment halt sparen. Was aber auch sehr interessant ist, ihr bekommt nicht nur diese Pflanzen-Energy-Mischungen, die einen wach machen. Nein, ihr bekommt dann auch Pflanzen-Mischungen, die fruity sind. Fruity, also fruchtige Sorten, da ist aber kein Energy mit drin. Also keine Pflanzen, die halt so extrem wach machen, sondern man muss halt so sehen, Infused Energy, da darf man halt nur maximal 1,5 Liter am Tag trinken. Wegen diesem Energy, wegen diesem pflanzlichen Energy, kein chemisches Energy. Nein, es ist pflanzlich, alles wunderbar aus Pflanzen, alles das, was die Natur uns gibt. Und dann gibt es halt diese fruchtigen Sorten, unter anderem, die sind dann ohne Energy. Also die kann man dann natürlich so viel trinken, so wie man möchte. Es gibt verschiedene Bottles. Es gibt eine Bottle mit 900 Milliliter, eine To-Go-Bottle mit 650 Milliliter und eine Bottle mit 450 Milliliter. Und dann gibt es noch den Smartmark. Das ist eigentlich so mit unter anderem mein Favorit. Und auch ganz toll, da macht man dann unter anderem Infused Recovery. Und das ist halt zum Schlafen. Das soll dann entspannen. Da sind dann auch noch andere Wirkstoffe drin, pflanzliche Wirkstoffe, die den Körper dann im Schlaf regenerieren lassen. Und ja, ich trinke dieses Recovery wirklich jeden Abend. Und ich schlafe seitdem wirklich, ich schwöre, sehr, sehr gut. Wirklich. Also ich habe einen ganz tollen Schlaf und ich schlafe durch. Und mir geht es am nächsten Tag wirklich sehr, sehr gut. Ja, ich nehme auch Infused Energy mit zur Arbeit, damit ich gut in den Tag starte. Dann nebenbei immer, ja, Infused trinken. Das ist wirklich, ja, also ich kann es mir nicht mehr wegdenken. Und es gibt so viele verschiedene Geschmacksrichtungen. Es gibt zum Beispiel Mango-Kokos. Es gibt Kirsche oder Lemon. Oder es gibt auch noch, ähm, mein Favorit ist Oriental. Das ist ein Schwarztee mit Pfirsich. Und das ist wirklich kalt. Sehr, 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 sehr gut zu genießen und zu trinken. Und ja, Oriental ist wirklich echt, ähm, sehr, sehr gut. Dann gibt es ja noch Apfelminze, Orangeminze. Also es gibt so viele verschiedene Sorten. Schaut einfach mal rein. Das ist wirklich für jeden was dabei. Und ja, ich dachte mir einfach jetzt, dass ich das einfach mal kurz euch mitteile auf diesem Wege. Und bleibt bis zum Ende dran. Nach dem zweiten Fall werde ich euch dann noch einen Rabattcode geben. Und ja, würde euch jetzt erstmal sagen, wir starten in den zweiten Fall. Linda kam dann auch ins Krankenhaus aufgrund von einem Geschwür, der Schädigung des Nervensystems und schlechte psychische Verfassung hatte sie. Im Juli 82 sei sie sich nicht sicher gewesen, ob sie ihren Sohn überhaupt, wenn er mal wieder vor ihr stehen sollte, überhaupt erkennen würde. Ähm, dann gab es im April 1991 ein Interview mit den beiden Eltern. Und ja, da sind die sich auch so ein bisschen uneinig gewesen. Also es war so ein bisschen holprig, das Interview. Und sehr seltsam eigentlich auch. Ja, wenn Lonnie heute noch leben würde, würde er schon 51 Jahre alt sein. Ja, was meint ihr, ist mit Lonnie passiert? Ja, da es auch in diesem Fall wieder keine weiteren Anhaltspunkte gibt, ist es wirklich sehr schwierig zu sagen. Er ist ja einfach aus dem Kellerfenster gestiegen. Und das war es dann. Dann hat man ihn nicht mehr gesehen. Also es kann so, so vieles passiert sein, von Bekannten entführt, von unbekannten Tätern entführt, allgemein entführt und ermordet. Also es ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Und er war zehn Jahre alt. Also da kann er nicht einfach so verschwinden und auf eigenen Füßen sich irgendwas aufbauen. Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also schreibt mir auch gerne wieder eure Meinung unter diesem Video, wenn ihr das auf YouTube seht, unter Kathis Channel. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten auf Instagram, time-for-crime. Das wäre auch sehr schön, wenn wir auch da kommunizieren würden. Ja, jetzt einmal ganz kurz in eigener Sache nochmal, bevor wir zum zweiten Fall übergehen. Ich habe etwas ausprobiert, was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Und ich sage euch, wenn ihr euch morgens müde und schlapp fühlt und möchtet einfach gut in den Tag starten, dann empfehle ich euch wirklich Infused Energy. Auf der Seite www.infusedenergy.de findet ihr alles, was ihr dazu braucht. Es gibt ganz tolle Sets mit wirklich super Bottles dazu und wirklich relativ preiswert, wenn man so das runterrechnet, was man so für Energies ausgibt und wie viel in so einem Energy drin ist. Und ja, was ist das eigentlich, Infused Energy, wenn ihr das noch nicht kennt? Das ist ganz einfach. Infused Energy vereint sechs wichtige Pflanzen, die Wachmacher sind. Ja, so kann man das beschreiben. Und unter anderem ist das Mate, Matcha, Guarana, Sencha, Guayusa und auch Ginseng. Und es gibt wirklich für jeden, gibt es was an Geschmacksrichtungen, was man gerne mag, ist dort im Shop was dabei. Und ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt dann eine Bottle. Am Boden der Bottle ist ein Filter, den befüllt ihr mit dieser Pflanzenmischung ungefähr ein Drittel voll. Zwei bis drei Teelöffel. Schraubt das wieder ein, könnt die Flasche umdrehen und von oben könnt ihr dann Wasser einfüllen. Ihr könnt euch entscheiden, ob das kaltes Wasser oder warmes bzw. heißes Wasser ist. Bloß nicht über 70 Grad, sonst verbrennen die Pflanzen, die aufgegossen werden. Und ihr könnt auch das zweimal aufgießen, also das ist alles kein Problem. Und ja, es gibt wirklich ganz, ganz viele Infused Energy Sorten, die halt wirklich als Wachmacher dienen. Und ich habe wirklich schon einige ausprobiert und ich sage euch, das wirkt wirklich. Und sonst würde ich euch das hier nicht vorstellen. Ihr bekommt dann am Ende noch einen Rabattcode, wenn ihr möchtet. Den habe ich mir selber erstellen können. Und dann könnt ihr da auch nochmal 10% auf das Sortiment halt sparen. Was aber auch sehr interessant ist, ihr bekommt nicht nur diese Pflanzen-Energy-Mischungen, sondern die einen wach machen. Nein, ihr bekommt dann auch Pflanzen-Mischungen, die fruity sind. Fruity, also fruchtige Sorten, da ist aber kein Energy mit drin. Also keine Pflanzen, die halt so extrem wach machen, sondern man muss halt so sehen, Infused Energy, da darf man halt nur maximal 1,5 Liter am Tag trinken. Wegen diesem Energy, wegen diesem pflanzlichen Energy, kein chemisches Energy. Nein, es ist pflanzlich, alles wunderbar aus Pflanzen, alles das, was die Natur uns gibt. Und ja, genau. Und dann gibt es halt diese fruchtigen Sorten, unter anderem, die sind dann ohne Energy. Ja, also die kann man dann natürlich so viel trinken, ja, so wie man möchte. Es gibt verschiedene Bottles, es gibt eine Bottle mit 900 Milliliter, eine To-Go-Bottle mit 650 Milliliter und eine Bottle mit 450 Milliliter. Und dann gibt es noch den Smartmark, das ist eigentlich so mit unter anderem mein Favorit, auch ganz toll, da macht man dann unter anderem Infused Recovery. Und das ist halt zum Schlafen. Das soll dann entspannen, ne, da sind dann auch noch andere Wirkstoffe drinne, pflanzliche Wirkstoffe, die den Körper dann im Schlaf regenerieren lassen. Und ja, ich trinke dieses Recovery wirklich jeden Abend und ich schlafe seitdem wirklich, ich schwöre, sehr, sehr gut, wirklich. Also ich habe einen ganz tollen Schlaf und ich schlafe durch und mir geht es am nächsten Tag wirklich sehr, sehr gut. Ja, ich nehme auch Infused Energy mit zur Arbeit, damit ich gut in den Tag starte. Dann nebenbei immer, ja, Infused trinken, das ist wirklich, ja, also ich kann es mir nicht mehr wegdenken. Und es gibt so viele verschiedene Geschmacksrichtungen. Es gibt zum Beispiel Mango-Kokos, es gibt Kirsche oder Lemon oder es gibt auch noch, äh, mein Favorit ist Oriental. Das ist ein Schwarztee mit Pfirsich und das ist wirklich kalt. Sehr, 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 sehr gut zu genießen und zu trinken. Und ja, Oriental ist wirklich echt, ähm, sehr, sehr gut. Dann gibt es ja noch Apfelminze, Orangeminze. Also es gibt so viele verschiedene Sorten. Schaut einfach mal rein, das ist wirklich für jeden was dabei. Und ja, ich dachte mir einfach jetzt, dass ich das einfach mal kurz euch mitteile auf diesem Wege. Und bleibt bis zum Ende dran. Nach dem zweiten Fall werde ich euch dann noch einen Rabattcode geben. Und, ja, würde euch jetzt erstmal, ähm, sagen, wir starten in den zweiten Fall. Ja, jetzt im zweiten Fall geht es um Leanna Susan Marie Warner. Leanna wurde am 21. Januar 1998 geboren. Ihre Eltern waren Tiffany Keelan Whittaker und Christopher Warner. Sie wohnten in Crisholm in Minnesota. Leanna war aufgeschlossen, freundlich und sehr mutig. Sie spielte gerne mit Puppen und fuhr viel Fahrrad. Am 14. Juni 2003 machte die Familie einen Ausflug nach Side Lake. Die Familie war dann wieder zu Hause und Leanna wollte noch zu ihrer Freundin. Sie sollte um 17 Uhr wieder zu Hause sein. Ihre Mutter sah sie fröhlich und barfuß, wohlbemerkt, die Straße hinunterlaufen. Es war ein Fußweg von zwei Minuten. 17.30 Uhr war Leanna immer noch nicht zu Hause. Die Mutter ging zum Haus der Freundin und, tja, was soll ich euch sagen? Man sagte ihr, dass sie dort nicht ankam. Denn die Familie der Freundin war einkaufen. Die Nachbarn sahen aber, dass Leanna dort klopfte und dann wegging, als niemand die Tür öffnete. Sie ging auch in Richtung ihres Zuhauses, das wurde auch so gesagt. Um 20.30 Uhr war die Suche immer noch nicht erfolgreich. Um 21.00 Uhr gab es dann die Meldung bei der Polizei. Leanna war erst fünf Jahre alt, wohlbemerkt. Auch in der Nacht fand man nichts. Dann war Sonntag, der 15. Juni 2003, Vatertag. Das Suchteam durchkämmte jedes Gebäude, jeden Hof, jede Garage und jeden Schuppen. Die Suchhunde schlugen an einem See an und dann gingen natürlich auch dort Taucher zur Suche weiter. Einen Tag zuvor waren Leanna und ihre Freundin dort. Es könnte also auch eine ältere Spur sein. Montag, der 16. Juni 2003, es fand eine Befragung der Anwohner statt. Doch keine Entführung, niemand bemerkte etwas. Also niemand hat irgendetwas bemerkt, ob es sich da wirklich um eine Entführung handelt oder auch nicht. Am selben Tag gab es dann eine Pressekonferenz mit der Polizei und natürlich den Eltern. Und am Dienstag, den 17. Juni, wurde das Suchgebiet dann erweitert. 72 Stunden war Leanna nun vermisst. Draußen war es zum Glück sehr mild und es gab kein Regen. Hubschrauber waren im Einsatz und an dem Tag ihres Verschwindens fand dort ein Jazz-Festival statt. Die Ermittler sammelten von diesem Wochenende Motel-Gäste-Verzeichnisse. Die Namen von jenen, die auf dem örtlichen Campingplatz übernachtet hatten, auch. Ja, vermutet wird eine Entführung und dass sie sich nicht mehr in der Nähe aufhält. Ja, die ersten Verdächtigen in diesem Fall waren natürlich die Eltern und allgemein auch die Familie. Aber sie wurden dann natürlich auch ausgeschlossen. Also nicht natürlich, sondern sie wurden ausgeschlossen, weil man es natürlich überprüft hat. Ja, Christopher hatte mit seiner Ex-Frau Probleme. Diese bedrohte Kaelin und Leanna und er hat sich dann eine einstweilige Verfügung gegen sie, ja, hat sich die geholt bei der Polizei und gegen seine Ex-Frau und hat gedacht, dass das vielleicht, ja, wieder diesen Familienfrieden aufrechterhalten konnte. Nach dem Verschwinden von Leanna wurde das Verhalten von Kaelin wirklich sehr scharf kritisiert. Erst drei Stunden nach dem Verschwinden hat sie sie als vermisst gemeldet. Aber das kam wohl auch daher, dass sie auf der Suche nach ihr war, also selbstständig auf der Suche. Und sie dachte auch, dass Leanna bei einer oder bei Freunden war und überall geklopft hatte und immer gehofft hatte, dass die Tür aufgeht und ihre Tochter dort auch unter anderem vor ihr stand. Aber leider war das nicht der Fall. Und deswegen waren dann nachher schon drei Stunden Suche um. Und erst dann hat sie ihre Tochter als vermisst gemeldet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da kann man der Mutter keinen Vorwurf machen, wenn sie erst mal wirklich verzweifelt überall alleine sucht. Und dann natürlich so viele Stunden vergehen, dass man da danach fragt, warum hast du nicht gleich die Polizei gerufen? Sicherlich könnte man das erwarten können oder vielleicht sogar müssen. Aber ich denke, sie hätte ja auch die Polizei rufen können und hätte trotzdem weiter alleine suchen können. Das wäre ja auch gegangen. Aber somit sind halt wirklich drei Stunden verloren gegangen, die die Polizei hätte irgendwo anders auch schon suchen können. Na klar, also die Kritik verstehe ich unter anderem auch. Aber ich verstehe auch die Mutter, dass sie natürlich erst mal selbst suchen wollte. Der zweite Verdächtige in diesem Fall ist Matthew James Curtis. Er war zu dem Zeitpunkt 24 Jahre alt. Im August 2003 wurde er wegen Kinderpornografie, die er besessen hatte, festgenommen. Es wurde ein Haftbefehl beantragt und seine Trucks wurden durchsucht, und zwar nach DNA-Spuren. Aber darauf kam nichts. Also sie haben nichts gefunden, was irgendeine Spur auf Leanna lenken könnte. Ein Tag vor Prozessbeginn, was auch ganz interessant war, wegen dem Besitz von Kinderpornografie, fand man ihn in seinem eigenen Truck mit einer Plastiktüte um den Kopf und, ja, er stickt und angeblich ein Suizid. Das ist auch so eine Sache. Sicherlich habe ich davon auch schon mal gehört, dass es sowas geben soll. Aber ist schwierig zu glauben, dass es ein Suizid sein könnte, weil auch gerade, naja gut, er wollte vielleicht auch dem Prozess entgehen. Das kann natürlich auch ein Grund gewesen sein. Also es hat vieles dafür gesprochen, dass es Suizid war, aber auch einiges dagegen. Genau, denn viele andere Menschen gehen davon aus, dass das in diesem Fall Mord war. Ja, der dritte Verdächtige hier ist jetzt Joseph Edward Duncan III. Er war ein verurteilter Sexualstraftäter. Ihm wurde vorgeworfen, zwei Kinder aus Idaho entführt zu haben. Die Behörden durchsuchten seinen PC und fanden dort verschlüsselte Dokumente, unter anderem etwas, was mit dem Verschwinden von Leanna Warner zu tun gehabt haben könnte. Also zumindest so eine Art Verbindung zu ihrem Verschwinden. Er führte ein Online-Tagebuch und er war zum Zeitpunkt der eventuellen Entführung nicht in der Nähe. Also das hat er auch in diesem Online-Tagebuch eingetragen. Da konnte man das auch sehen, wo er dann zu welchem Zeitpunkt war und man konnte es auch so zurückverfolgen. Dann gab es einen vierten Verdächtigen und zwar war das eine kleine alte Dame, so wurde sie genannt. Leanna hatte sich nämlich in den Wochen vor ihrem Verschwinden seltsam verhalten. Das meinten die Eltern. Die Eltern kamen in ihr Zimmer. Sie spielte mit einem Koffer voller Barbies und Barbie-Kleidung. Die Eltern hatten dies ihr aber nicht gekauft. Also sie wussten nicht, woher sind diese Spielsachen. Leanna meinte, die Sachen habe sie von einer kleinen alten Dame bekommen. Eine Woche vor dem Verschwinden von Leanna packte sie selbst einen Koffer mit ihren Lieblingssachen und sagte zu den Eltern, sie möchte jetzt in das Haus zu ihrer neuen Familie, da möchte sie jetzt wohnen. Ja Leute, was soll ich euch dazu sagen? Das ist wirklich ein sehr, sehr kurioses Verhalten für die kleine Leanna, dass sie wirklich sagt, ihre neue Familie, also das will mir wirklich nicht in den Kopf, wie das zustande kam. Eines Nachts fanden sie Leanna auch schlafend, dann aber nicht im Bett vor, sondern im Kleiderschrank schlief sie und sie meinte, sie hätte Angst vor dem Monster vor ihrem Zimmer. Teilweise im Flur vor ihrem Zimmer, teilweise aber auch vor ihrem Fenster. Da wurde natürlich nachgeguckt, ob da irgendwelche Spuren zu finden waren, Fußspuren. Nichts, man hat dort wirklich nichts weiter gefunden. Ja, der fünfte Verdächtige ist halt ein nicht identifizierter Verdächtiger in diesem Fall. Und zwar in der Nachbarschaft wurde ein unbekannter Mann Mitte 30 gesichtet. Er war weiß, ein Mitte 78, 70 Kilo, hatte eine dunkle Tätowierung eines Sterns oder einer Sonne auf seinem rechten Arm tätowiert. Zeugen sahen auch zur gleichen Zeit einen kastanienbraunen und blauen Cadillac, der fuhr dort in der Gegend umher. Ein Fahrer wurde ausgespäht und zwar war das ein Afroamerikaner, der diesen Cadillac fuhr. Er war ungefähr 25 bis 35 Jahre alt, hatte eine Glatze bzw. einen rasierten Kopf. Die Sichtung eines rostbraunen Pickup-Trucks, eines älteren Modells, gab dann nochmal wieder Aufsehen. Dieser Pickup-Truck wurde von einem weißen Mann gefahren mit schwarzen Locken. Also wieder eine ganz andere Beschreibung. Diese Autos waren halt den Zeugen sehr verdächtig, die da in der Gegend umherfuhren an diesem Abend. Es gab ungefähr 1300 Hinweise und ja, man ging davon aus, dass Leanna von einem Fremden entführt wurde. Aber es kann natürlich auch ein Bekannter gewesen sein. Der Privatermittler Bob Heeltz hat sich dann dem ganzen angenommen, also dem ganzen Fall. Im Juli 2004 war das und auch 200 freiwillige Helfer waren mit dabei, um nach Leanna zu suchen. Und er meinte auch, die Suche konzentriert sich nicht auf ein Mädchen, das noch lebt und sich vielleicht irgendwo versteckt, weil es vielleicht Angst hat. Im Wald oder so ähnlich oder in irgendwelchen Höhlen. Nein, die Suche geht hier eher um Überreste des Mädchens und das wussten alle. Selbst die Familie wusste das, dass es darum ging. Aber die Familie wollte endlich eine Antwort. Sie wollten endlich mit dem Fall abschließen und ihren inneren Frieden vielleicht finden, was man völlig verstehen kann. Zwei Tage lang wurde hier gesucht und 2006 traten dann die Eltern von Leanna in der Talkshow Mary auf. Und ja, jetzt einmal zur Beschreibung von Leanna nochmal. Leanna war fünf Jahre alt, als sie am 14. Juni 2003 aus Minnesota verschwand. Sie hatte braune Augen, braune Haare, war 97 Zentimeter groß und wog 48 Pfund. Sie trug zuletzt ein ärmelloses blaues Jeanskleid, orangefarbenes Höschen, einen roten Granatohrring und in Form einer Blume. Und sie war barfuß unterwegs. Zur Belohnung in diesem Fall ist ausgesetzt gewesen, zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt, 10.000 Dollar. Seit nunmehr fast 20 Jahren gilt Leanna Warner als vermisst. Es gilt als Entführung durch einen Fremden und eingestuft wurde dieser Fall so. Er ist noch aktiv. Es ist zwar ein Missing Cold Case und heute wäre Leanna 23 Jahre alt. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist einfach unfassbar, dass dieses Mädchen am helllichten Tag, man kann es wirklich so sagen, am helllichten Tag von ihrer Freundin, weil es war ja keiner zu Hause, auf dem Weg wieder zurück nach Hause einfach so verschwand. Ohne, dass irgendjemand etwas bemerkte. Sicherlich, es wurden einige verdächtige Fahrzeuge gesichtet. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anhaltspunkt. Aber alles andere wissen wir nicht. Und das ist einfach so dieses, was uns so fassungslos zurücklässt in diesem Fall, dass man halt nichts weiß, nichts Konkretes weiß. Ja, Leute, das war der Fall, der zweite Fall für heute, der Fall von Leanna Warner. Ich hoffe, dass der Fall euch zugesagt hat, dass der Fall interessant für euch war. Ja, und zu guter Letzt, um jetzt mal noch einmal einen Übergang zu schaffen, denkt nochmal dran, www.infusedenergy.de. Wirklich, wirklich leckere Energy Drinks auf pflanzlicher Basis natürlich, die null Kalorien haben, die null Zucker haben. Schaut einfach mal nach. Ihr werdet es sicherlich fündig werden. Sehr, sehr viele Geschmacksrichtungen sind dabei. Und mit meinem Code kati10 spart ihr auch 10%, wenn ihr das möchtet auf eure Bestellung. Ja, dann möchte ich auch gerne, dass ihr mir dann, wenn ihr da eine Bestellung aufgebt, dass ihr mir auch ein Feedback da lasst, wie es euch dann geschmeckt hat. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten natürlich ganz viel Feedback zu diesen Fällen weiterhin. Das ist ja wohl ganz klar. Das ist ja im Haupt, ein Hauptaugenmerk hier. Und dann, ja, schreibt mir doch gerne auf Instagram, time-for-crime. Oder kommentiert auch gerne jetzt ganz, ganz neu auf meinem YouTube-Channel. Da könnt ihr die Fälle auch jetzt hören. Kathis Channel, da seht ihr mich und, beziehungsweise hört ihr mich. Und, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören für heute. Und ein schönes Wochenende wünsche ich euch schon mal. Ja, bis zum Dienstag. Passt auf euch auf. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020